Einen wunderschönen 21. Dezember. Ich bin so ein bisschen fertig mit dieser Woche, so gefühlt zumindest. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mitgebracht heute von der Firma Mofi ein kleines Accessoire, das sich Snap Plus nennt. Das ist so eine kleine Plastikhalterung und auf der Rückseite erkennt man bereits, die ist wohl für das Auto, die ist so für die Lüftungsschlitze im Auto gedacht und da wird dort ein separates MagSafe, ein Ladepunkt wird dort eingesetzt und dann kann man dort sein iPhone verschiedene Größen von MagSafe-kompatiblen iPhones aufsetzen. Es werden sogar Adapterringe beigelegt, wenn man iPhones hat oder andere Smartphones, die noch nicht MagSafe kompatibel sind. In Bezug auf Auto sollte man mir sehr wenig glauben. Ich bin zwar Autofahrer, so manchmal, für so ganz kurze Strecken. Ich fahre aber nicht gerne und ich fahre nicht gut, glaube ich, aber diesen Teil vom Auto, den traue ich mir zu zu erklären. Da kommt so ein kleines Autoladegerät mit. Ich glaube, man sagt ja nicht mehr Zigarettenanzünder, aber also das kommt dorthin, wo in den 80er mal so ein Zigarettenanzünder war. Und dann lässt sich das einfach per USB-C aufladen, also einstecken und dann kabellos aufladen. Das ist durchaus nett, wenn man so vielleicht oft Leihwagen fährt und sowas kleines, kompaktes irgendwie in der Tasche haben möchte, gleichzeitig aber auch diesen MagSafe-Dongle mit an den Schreibtisch nehmen mag, wenn man dann ausgestiegen ist. Ich finde diese Einhandbedienung, die finde ich nett. Also ich muss da kein Kabel einstecken, sondern das hält dann einfach an diesem kleinen Ladepuck. Verschiedene Größen von iPhones halten dort groß und klein und werden aufgeladen in der Lüftungshaltung. Ist keine dauerhafte Installation, lässt sich halt leicht regeln. Wer den halben Tag jeden Tag im Auto verbringt, der wird eine andere Haltung sicherlich bevorzugen. Aber für mich, speziell für mich und für Leute, die vielleicht wenig fahren oder die oft Autos wechseln, kann das vielleicht eine gute Möglichkeit sein. Der SnapPlus von Mofi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle natürlich noch einmal wieder.